Hallöchen Freunde, was geht? Willkommen zurück zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal und wie ihr sehen könnt, heute mal nicht in einer Map von uns, also ihr kennt ja alle die Maps, die wir gebaut haben bis jetzt, aber heute kommt mal ein neues kleines Zwischenprojektchen hier, weil im Moment die Shaders irgendwie voll im Arsch sind, wenn ich einen Shader anmache, dann crasht das Game, ist voll komisch, keine Ahnung warum, werde ich demnächst fixen. Das heißt, wenn dann Minecraft Stranded kommt, kommt ohne, dann auch nur ein 30 FPS, weil mit Shader lohnt sich nur 60, ohne nicht. Und heute gucken wir uns das Funland 3 an. Ja, es leckt jetzt extrem wegen der Aufnahme, ich hoffe es leckt nicht im Video und es leckt auch, weil hier so viel gebaut ist. Ich habe auch Chunks nur auf 15 stehen. Was haben wir denn hier? Most Rides start by pushing the button. Hui. Ja, ich würde sagen, hier rein spaziert, aber da hinten war noch eine Kiste. Es ist keine Adventure Map, nein, keine Adventure Map. Link dazu natürlich in der Videobeschreibung, wenn es nicht rausgenommen wird, wie der letzte schon wieder. ATM. Ah. Achso, das ist Gold. Okay, hol schon mal ein paar mit. Kann ich noch hier drauf zugreifen. Ja. Und Tickets. Ja, ein Ticket hier, bitteschön, so. Und, äh, what the fuck. Okay. Ja, äh, damit herzlich willkommen in Funland. Das ist so gesagt ein Freizeitpark in Minecraft drinne. Also, man kann hier vieles machen. Wir gucken mal, was das hier zum Beispiel ist. Ich werde jetzt so ein paar Attraktionen fahren. Ihr könnt euch ja alles alleine angucken. Und wenn der Link soll rausgenommen werden, gebt einfach Funland 3 ein. So, was geht denn hier jetzt ab? Oh. Hat auch, äh, ich glaube, eine Million Downloads oder so. Und, Alter, was ist das denn? Oh, Freefall. Und ihr müsst natürlich auch Free-Dings spielen. Auf, äh, nicht Free, auf Peacefall. Weil sonst können hier Monster spawnen. Das wäre nicht gut. Ist ja ein Freizeitpark und kein Gemetzel hier. So. Das war anscheinend jetzt irgend so ein Freefall-Tower. Ich würde sagen, als letztes gehen wir hier hoch. Als letztes. Oder, ah, komm. Wir gehen erstmal auf... Wir gehen hier hoch. Guck mal hier, das sieht doch gut aus. Alter, was ist das? Das sieht sehr interessant aus. Wirklich, sehr interessant sieht das aus. Dann komm, wir gehen einfach mal hoch und... Alter, leck das gerade. 80 FPS, aber es leckt voll. Ja, typisch Aufnahmprogramm. Das, was ich benutze, das zieht so viel FPS. Das zieht von 1000 auf 30 runter. Sorry, wenn Slack liegt, auch hier, wie vieler gebaut ist. Ja, und jetzt? Ah, jetzt fallen wir hier runter, oder? Hui. Aha. Alles klar. So, sorry. Ich muss gerade husten. Ja, bin immer noch erkältet. So, ähm, was wollen wir denn jetzt als nächstes? Das hier hatten wir jetzt... Äh, hier ist es eine wilde Achterbahn, wie es aussieht. Und ich weiß wirklich nicht, was das gerade so leckt. Und Shader mach ich jetzt nicht an, weil... Ähm... Ich glaub, das würde ausrasten. Geht so besser? Nee, genau gleich. Okay. Sichtweite machen wir auf 10 runter. Ah, warte mal, vielleicht liegt's an den... ...Texturen. Na, jetzt haben wir schon wieder 80 FPS, okay. Ist schon better, liebe Freunde, schon better. So... Oder hier. Nee, 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 nee. Und vielleicht kommen jetzt auch öfters mal Maps, wo ich so ein bisschen vorstelle. Vorher ein bisschen informieren. Und, oh, das nehmen wir uns mal mit. Komm, was zu essen. Natürlich ist es nicht benutzen, weil wir sind ja im Peaceful-Modus. Und geht's hier rein? Das ist ein Glaslabyrinth. Oh, komm, das machen wir jetzt mal. Das ist bestimmt lustig, so ein Glaslabyrinth. Ach, du Scheiße. Ist auch, man kann sagen, eine kleine Adventure-Map hier. Das ist wirklich. Das ist eine kleine Adventure-Map. Hui. Ja, kriegt man ja... Tut die Augen einem weh? Nee, mach ich jetzt nicht. Wir machen es, äh, dings fair. Werden wir den Weg aus dem Glaslabyrinth finden? Das erfahren wir... Das erfahren wir... Äh, halt mal. Hier ist doch so ein Weg. Da geht's hier so hin. Das war wohl hier hoch, oder? Na? Ah, shit. Ich will den Weg da draus finden, ey. Das gibt's nicht. Irgendwie einen Weg finden, ey. Ja. Nein. Hm. Oh, wartet mal. Das sieht doch verdächtig aus. Nein. Nein. Aha. Ja, das ist es, glaube ich. Yo, wir haben es gefunden. Bitte nicht nachmachen. So, hier haben wir eine Burg. Ja, wo ist jetzt das Hohe gewesen? Das hier. Da, ne, wir wollten noch die Achterbahn hier fahren. Aber wie, wo kommen wir da rein? Ah, hier. Let's go. Oh, jetzt schwuppt's wieder auf 40 runter. Sorry, wenn wir Geschlecks drin sind, ist das ja auch. Guck mal, was hier gebaut wird, dass hier Chunks geladen werden und so. So. Ei, da wird's aber einem schnell schlecht. Wenn man jetzt ein Esch so fahren würde, ich glaub, da hätte schon lang einer hier hinten ins Gesicht reingekübelt. So. Ja, das war eine schöne Achterbahn. Ich würde sagen, wir machen nix Doppeltes. Das heißt, Achterbahn war das hier jetzt. Das war Glaslabyrinth. Das andere war, was ist, so ein Freefall Tower. Jetzt. Äh, komm, wir gehen jetzt mal da hinten auf das. Da müssen wir jetzt hinkommen. Da können wir jetzt hin. Da gehen wir jetzt hin. Genau. Da geht's jetzt hin. Wir wandern durch den Park. Wir wandern durch den Park. Was haben wir denn hier? Äh, das ist anscheinend nur Deko. Wie kann das schweben? Ja. In echt wäre es unten. Oh, was ist das meine ich? Was ist das? Äh, das ist da oben drauf. Was ist denn das? Ist das nur Fassade, oder? Ähm. Äh, ich glaub, da kommt man hoch. Ne, da kommt man später hoch. Oh, shit. Okay. Das muss wohl sein. Gut, gehen wir jetzt mal hoch. Nicht drunter, hoch. Das andere große Altar. Wow, fuck. Ist schon richtig geil gebaut, muss ich wirklich sagen. Natürlich, wir machen jetzt nicht alles. Das würde, glaube ich... Ich hab ein Video gesehen, da hat der eine Typ alles gemacht. Das ist zwei Stunden gegangen. Ich glaub, zwei Stunden wird mit der Zeit ein bisschen langweilig. Also, ich meine, immer in der gleichen Web zwei Stunden, das wird so langsam langweilig dann. Ich meine, ihr wollt ja auch noch ein bisschen was machen. Wir machen jetzt nur die Hauptattraktion. Ich meine, ihr könnt die ja auch machen. Ein bisschen anders zum Beispiel. Ihr müsst ja nicht... Ich glaub, das ist mit dem Boot, wo sie jetzt da runterfahren. Ihr könnt ja auch runterspringen. Könnt ihr auch machen. Das ist ja Minecraft Open World. Offene Welt. Ihr könnt machen, was ihr wollt. Ja. So, muss noch mal kurz husten. Oh, hoffentlich macht das Ding auch wirklich den Ton weg. Weil dann hört ihr die ganze Zeit... Äh, äh, äh. Ja. Boah, shit. Okay, Leute. Wollen wir es tun? Hier auf dem höchsten Punkt im Funland... Ne, da hinten ist der genauso hoch. Oh, shit. Okay, wünsch mir Glück. Scheiße. Alter. Drop das down. Wow. und ich glaube er als richtiger Mensch wäre man jetzt Prozent aufgeplatzt Teleporto Exit ja Dankeschön und ja auch hoch teleportieren nein geht natürlich schichten was ist hier drunter um Ok Teleport on the Roof wenn man es einfach nochmal es macht Spaß so ja ich würde sagen jetzt zum krönenden Abschluss machen wir noch das riesen Ding wo ist es das hier oh ich glaube hier darf man nicht durch aber ich schwimme einfach durch es ist ja mein Freizeitpark es ist mein Freizeitpark so ja man kann ja auch hier ins Server nochmal aufmachen dann könnt ihr alle drauf joinen also dann können meine Abonnenten und alles hier drauf joinen ist ja auch natürlich geil Teleporto Top ja komm und jump in your face geile Tintenfisch und jetzt erstmal hochschwimmen zehn Jahre yay zehn Jahre schwimmen zehn 10.000 Mal du hast mich 10.000 Mal erst offen du hast mich 10.000 Mal äh verloren was weiß ich ja gut da war ja noch irgendwo ah da hinten das Leute das ist noch das höchste ich würde sagen da gehen wir noch hoch zum krönenden Abschluss also das war jetzt nicht der krönende Abschluss krönender Abschluss 2.0 ist dann das hier so gesagt let's go schade dass es keine Dings gibt Enderperlen oder irgendwelche Mods hier ich habe bis jetzt noch keinen TP Mod gefunden TP Mod gefunden für das für die Version ist ja die 1.9 da gibt es noch gar keine Mods jetzt dafür so in einem Monat sind die vielleicht alle übertragen und äh jo auf der anderen Seite let's go let's go Sashi aha das ist also eine Achterbahn ist das aha okay gucken wir die mal noch drop drop it hard oh shit ich glaube das wird ein bisschen riskant wäre das bestimmt riskant da unten ist der Eingang und es geht bergab drop it hard down bitch so wow wow geil Alter. Ist das geil. Mamma mia. Luigi ist das geil, ey. Na, da hat jemand Eisenerz vergessen. Du Penner. Was ein Penner? Hat der Eisenerz vergessen? Das wohl Wichtigste in Minecraft. Da ist schon wieder Eisenerz, du Penner. So, ja. Jetzt nach den ganzen Attraktionen ist es dem Minecraft-Menschen bestimmt jetzt schlecht. Er sucht jetzt bestimmt hier irgend so'n Eimer, was weiß ich, wo er sich entfalten kann. Ja, und ich würde sagen, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wie es euch gefallen hat hier im Funland. Äh, ich geh nochmal grad schnell da hoch, für den Abschluss da oben zu machen, so. Ist ja schon Abschluss 3.0. Ich komm halt nicht zum Ende. Schon 15 Minuten. Äh, ja. Naja, ist ja scheißegal. Ist ja Minecraft-Unterhaltung, deswegen... Jo, hab ich gesagt. So, gut. Äh, ich würde sagen, ähm, das war's mit dieser Folge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. In der nächsten Folge, das ist jetzt wieder so ein kleines Projekt, so Map-Vorstellung. In der nächsten Folge gucken wir uns dann mal vielleicht eine Großstadt oder irgendwas an. Und ja, wie immer, haut rein! Bis zum nächsten Mal! Ciao! Euer... SashiLP! Ciao! What the fuck? Okay. Ciao.